so freude und hier bin ich wieder mit der legend of k anniversary oh ja es geht weiter so also ich will was sagen wir müssen die also müssen die froschkäpfe finden oder ja froschkopfkäpfe halt die teile gesagt und damit man halt weiter kommen oder so den was suche den schlüssel für den kreditstempel du brauchst beide teile den froschkopf amulett um den froschkopf zu öffnen findet das froschstoff froschdorf und so okay dann suchen wir mal immer da gibt es irgendwas da hinten oder da kommt auch hinschwimmen sieht doch total verdächtig aus aha ich wusste es so eine rüstung so ich glaube ich so ein herz konnte ihn oder so hätte ich mich mehr gefreut ich weiß vielleicht habe ich ein bisschen genug leben aber aber man kann nie genug kriegen so okay dann gehen jetzt zu so in einem froschstoff wo wir waren also nicht wirklich durch sondern halt zum lager bis gesagt und vielleicht wissen die irgendwas was wir nice das war richtig cool weil weil dann da brauche ich nicht so vielleicht haben die den kopf auch oder teil so jetzt geht auch okay so jetzt darüber und so jetzt sind wir mal da okay da können wir nicht ach so da geht es doch weiter aha ganz schön tricky gemacht das war ganz schön tricky gemacht so da okay dann haben wir den weg gefunden wo wir jetzt hin müssen ist das der meister kuh da ist ja gut das ist dort ist doch ein kuh bist du bürgermeister wiii du musst kei sein la froschdorf ist im moment die einzige sichere ört aber wir rechnen noch in diese nacht mit la attac in die ganze stadt wurden truppen gesichtet welche abwehrmaßnahmen habt ihr getroffen oh mein dieu abwehrmaßnahmen wir sind bloße frösche amy bien verängstigte frösche das reinste zuckerschlecken für schuns armee kei alle unseren hoffnungen ruhen auf dir wenn du froschdorf jetzt betreten möchtest komm nur hinein und ruhe dich noch aus du bist herzlich willkommen meine chancen gering bis verschwindend ok wir haben die aufgabe wieso brennt wieder mein schwert was mache ich was drücke ich da immer ich weiß nicht wie ich das mache leute ach so wenn man könnte es möglich sein wegen die kristalle da oben weil jetzt habe ich keine kristalle oder hatte ich vorher kristalle ich weiß nicht leute schwul zurück oder ich werde sowieso sehen falls sehe ich links unten also links oben rechts oben ich bin ein bisschen verkehrt also rechts oben soll die kristalle gehabt habe dann erklärt es dann erklärt es wenn ich jetzt also kann man die die dinge wechseln ach so ach so moment weil das ach so das bisher kein ding ist also das flammenschwert ach so denn dann erklärt sich alles leute okay was ist das da das ist der froschkopf okay verstehe aber krokodilköpfe da haben wir noch nichts gefunden hm das ist ganz schön lustig leute die suche wir brauchen noch ein froschkopf 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 hallo da drüben non sur sei keine verbetrieb aus kriegsgründen ist die betrieb momentan eingestellt aber ich muss ich setze nicht über non betrieb non diskussion es ist viel zu gefährlich auf die see aber ich muss ich muss ich bin doch trotzdem ist mir egal so warum ist das gefährlich auf dem see die schwerte ich wohl nicht wieder los zuerst kamen die gorillas sie plünderten mein lager warfen hunderte von fässern mit sprengstoffe ins wasser und stahlen drei meiner boote noch eines haben sie mir gelassen und das will ich nicht auch noch verlieren reicht das du scheinst nicht der berühmte fährmann zu sein von dem man mir erzählt hat was ich bin der beste fährmann in die ganze ich glaube ich bin der bessere bootsmann wetten du wettest auf deine können als bootsmann ganz schön mutig von dir aber okay ich leie dir meine boote wenn du schneller bist als ich gebe ich dir meine krokodil amulett abgemacht was mit dem frosche amulett ich habe mich jetzt gar nicht mehr aus leute okay gut dann ich bin sowieso schnell schnell leute ich bin da ich bin da ihr wisst ihr wer ich bin ich bin der boot master roxen so okay los geht's los geht's das ist wieder so zeit und verdammt das wird schwierig nach links nach links nach links kurzer kurzer kurz und nach rechts das geht schluss es geht schluss schneller schneller ja ja stelle müssen durchfahren durchfahren nach links nach links okay okay das wird was stellt nach links was habe ich mir gedacht okay aber ich schaffe das ich schließlich bin ich der boot master das ist gar nicht mehr so leicht also also ich hab schon ich schaffe das schon ich schaffe das schon einfach nur einfach nur geduld leute einfach nur geduld nach links nach links jetzt vor sich nach rechts und jetzt nach links backbord oder steuerbord wie wir das halt nennen ich habe keine ahnung ja ich brauch das nicht leute nach links und rechts reicht vollkommen und so ja genau backbord steuerbord was weiß ich sollte mir vielleicht das ist jetzt nicht so wichtig so ok los los dass das wird ganz schwer kommt schon kommt schon kommt schon ok jetzt habe ich draus mit dem boot fahren jetzt habe ich raus jetzt habe ich raus am schluss toll nach links nach rechts geradeaus geradeaus nach links nach rechts die störung ist ein bisschen komisch stelle ich habe mir das ich glaube nicht so schwierig komm schon komm schon komm schon komm schon okay wir haben es nicht geschafft toll toll ja 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 ah man ja können wir eh schon vergessen kann ich absteigen ich steig mal ab genau weil wir haben es eh nicht geschafft so nochmal und diesmal schaffen wir es der boot meister roxen der schafft das kann schon los diesmal habe ich den dreh raus am anfang ganz schwierig so einfach nur geradeaus genau ich bin eingestoßen also kommt schon kommt schon ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm kommt schon da poke advantage einfachكر nach links nach links nach links nach links nach links nach rechts descend schnell schnell schnell็ Και Und zackli, 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 zack. Und komm schon. Zack, 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 zack. Zack. Und jetzt ist er da durch. Ja. Ja, wir schaffen das. Okay. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Genau. Jetzt sieht er schon etwas besser aus, oder? Ja, klar sieht er besser aus, Leute. Ja, genau. So will ich das sehen. Jetzt kommt der Turbosprint. Zack, 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 zack. Und jetzt nach links. Nach links. Nach links. Genau. Und noch mal nach links. Und nach links. Und nach rechts. Und nach links. So, okay. Wow. Ja, Leute, jetzt ist es ein bisschen knapp. Werden wir es schaffen. Ich weiß es nicht, dass wir jetzt... Aha. Das ist aber fies gemacht. Das ist aber fies gemacht. Das ist aber fies gemacht. Oh, das wird jetzt richtig knapp, Leute. Das wird richtig knapp. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Nein. Da hinten ist das Ziel. Ja, da hinten ist das Ziel. Toll. Ach, Mann. Okay, das ist ganz schön schwierig. Ja, genau. Da kommt es zu einem Ast. So, okay. Gut. Äh, ich hoffe, das zählt auch. Zeit abgelaufen. Ja. Da mache ich es halt noch mal. Ist nicht so schlimm. So, diesmal schaffe ich es. Jetzt mal zurück, 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 zurück. Jetzt, genau, weil da kann ich dann gleich Gas geben. So, jetzt gebe ich gleich Gas, Leute. Zack, 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 zack. Jetzt geht es los, Leute. Jetzt geht es los, jetzt geht es los. Bam, 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 bam. Genau, jetzt habe ich den Turbo raus. Und diesmal stoße ich nicht am Anfang an. So, und jetzt, zack, genau, Leute. Jetzt habe ich, jetzt habe ich den Dreh raus, Leute. Jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt habe ich wirklich den Dreh raus, äh, Leute. So, jetzt, jetzt gehe ich einmal. Zack, zack. Und jetzt muss ich noch da durch. Genau, stimmt. Das habe ich nicht vergessen. So, und jetzt, so, genau. Und dann so rüber. Zack, 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 zack. Jetzt auch damit. Die Bomben sind echt gefährlich. Er stellt solche Bomben auf die Gorillas. So, wie es machen die das? Das bringt ja gar nichts. Oh, Mann. Wenn man das mal keinen Brot fahren darf. Macht doch Spaß. So, okay, los, los, okay. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Nach links. Da, da, da. Äh, Boot fahren ist ganz toll. Wir müssen nach links. Okay, wir müssen nach links, nicht nach rechts. Ach, Mann. Okay. So, okay, komm schon, okay. Okay, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen. Okay, komm, wir müssen jetzt Tubus binden. Ach, jetzt kommt wieder die fiese Stelle, Mann. Die fiese Stelle, Mann. Oh, Mann. Ich muss davon. Komm schon, schnell, schneller. Schnell. Okay, komm schon. Okay, 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 okay. Okay, jetzt wird es richtig spannend, Leute. Es wird richtig spannend. Okay, okay, wir haben es schon versagt. Ach, komm schon. Ach, komm, steigen wir ab. So. Okay. 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 Das ist gar nicht mehr so leicht, Leute. Da muss man wirklich ganz schön Turbo geben. So, komm schon. Diesmal schaffen wir es. Ich sag, komm schon echt ganz schön viel auf, oder Leute. Ja, das mache ich. So, ganz schnell durch. Ganz schnell durchrasen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und jetzt da durch. Genau. Das ist echt fies gemacht, weil das so weit außen ist. Und jetzt da hin. Und. Ui. Und jetzt schnell. Stell. Schnell, schnell, okay. Schnell, okay. Schnell, okay. Wir schaffen jetzt, okay. Die Musik ist schön in den Hintergrund, muss ich sagen. Die ist wirklich toll. Aber wir müssen es schaffen. Komm schon, okay. Okay. Wir machen das jetzt. 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 Nein, der Ast hat mich aufgehalten. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Oder vielleicht doch, Leute. Man weiß es nie. Ich muss, muss. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, Leute. Oh, Leute, das wird ganz schön klapp. Es wird ganz schön klapp. Ich habe es geschafft. Gut so. Wow. Das war ganz schön schwierig. Will ich nicht nochmal machen. Okay. Du hast gewonnen. Ich halte meine Worte und gebe dir meine Krokodils-Amulette. Gut so. Warum ist es nicht hergegeben? Weißt du, wenn alles vorbei ist, kannst du ihre Arbeiten. Ich bin immer auf der Suche nach talentierten Fairmeinahmen. Etudiant. Ach so, nee, wenn ich mit dir spricht. Jetzt, ja, auf damit. So. Wieso habe ich jetzt wieder die Krallen draußen? So, jetzt habe ich ein... Äh. 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 Suche den Schlüssel für den Krokostempel. Okay. Okay. Okay, gut. Jetzt muss ich wieder dahin zurück. Zum Krokoding. Das ist doch der Schlüssel, oder? Was habe ich da gerade bekommen? Ach, verdammt. Ich sollte aufpassen. Äh. Okay. Ich denke mal, das ist der Krokostempel, also gehe ich mal zurück. Weil so groß ist die Karte auch wieder nicht. So, was gibt es denn da hinten? War ich da schon? Äh. Ich glaube nicht. Aber wir gehen mal da hin. Oh, Todeszumpf. Aha, Moment mal. Da gibt es... Ich glaube, die Westen sind nicht gerade dead, also die Insekten da, die so herumfliegen. Gibt es da etwa den nächsten Froschkopf? Das wäre echt cool. Weil dann gehen wir... Aha. Wow. Alter, da. Ich sehe ja schon. Ich sehe ja schon. Und ich habe die Krallen ausgerüstet. Wie cool ist das denn? Wir gehen den rechten Weg. Der rechte Weg ist cooler. So. Okay, Moment mal. Nochmal, nochmal, nochmal. Das machen wir jetzt. Ne, ne, nochmal, nochmal. Resetten, resetten. Gut, so. Okay, ich dachte mir jetzt schon. Wer jetzt nicht mehr resetet. So, okay, komm schon. Jetzt komm da. Nein. Wir müssen... Ach. Mann. 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 Ich will es mal machen, weil das andere habe ich nicht geschafft. Beim... Na, wie heißt das? Beim Hasendorf. So. Moment. Jetzt kommt der. Sag mal, was... Was? Hä, Hilfe. Was mache ich denn da? Okay, war ganz schön cool, was ich dir gemacht habe. Muss ich zugeben. Aber. Weiß mal nicht. Oh, Mann. Okay, wisst ihr was? Ich lasse das. Ich lasse das. Ich lasse das. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf. Mann, die ganze Zeit. Vielleicht machen wir das später nochmal. Bestimmt nicht. Weil ich werde es wieder bestimmt vergessen. Aber. Aua. Das ist fies. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Bösen Bienen. Oder Insekten. Oder... Wespen. Oder... Keine Ahnung, was ihr da seid. Okay. Langsam reicht. Jetzt hört es auf damit. Gut so. Ich hoffe, ich kann dir auch angreifen. Weil das ist nicht... Das ist ganz schön unfair, meine ich. Das ist nicht fair. Okay. So. Äh, nein. Oh, Mann. Mann. Ich sollte aufpassen. So. Okay. Jetzt rüber mit uns. Jetzt da rüber mit uns. Und. Da rüber mit uns. Und. Jetzt. Ich bin tot. Toll. Ich habe mich von Insekten besiegen gelassen. Ist nicht schlimm, Leute. Wir haben noch extra Leben. So. Jetzt springen wir ganz zackig durch. Ja. Einmal lassen wir uns schlagen. Gehen wir da rüber. So. Jetzt kommen wir hier in Insekten. Nein. 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 Oh nein. Jetzt bin ich schon wieder rübergefallen. Schon wieder. So. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja. Hey. Diesmal hat es funktioniert. Wie ich ganz schön darüber gesprungen bin. Weg da. Ja. Schöne rüber mit uns. Wow. Das war ganz schön knapp. Oder ist auch. Äh. Gehe ich eigentlich in den Kreis oder so? Irgendwie fühlt sich das so an. Äh. Werden wir gleich sehen. So. Okay. Ah ja. Dankeschön. Dankeschön. Das ist also der Todesumpf. Der ist wirklich. Oh Mann. Dieser Todesumpf. Okay. Jetzt hörts auf. Damit. Das tut echt weh. Ist der Ton-Tippe weh? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wie sollst du mir helfen und nicht mich schlagen? So. Äh. Warte mal. Wo bin ich jetzt so? Ah. Da ist ja mit eingesperrt. Ich komme. Und rette dich. Ich rette dich. Hör ich doch gerne. Amphibio. Es wird ein Bon Tag. All diese Ordis sind kein Ort für mich. Ich muss nach Froschdorfe. Dann gehen wir nach Froschdorfe. Okay. So. Äh. 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 So. Und jetzt noch da rüber. Dann haben wir jetzt auch schnell weg von denen. Ah. Schnell hoch mit uns. Schnell. Schnell. Ganz viel Leben. Jetzt. Jetzt doch. Ah. Ich bin nicht hochgekommen. Ich bin nicht hochgekommen. Äh. 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 Da. Da. Auch benutzt. So. Und da lang. 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 Genau. Jetzt sind wir da oben. Und da hinten ist vielleicht der nächste Frosch. Pfff. Warte mal. Wir können das noch schaffen. Ja. Wir schaffen das. Nicht. Nicht. Okay. Nicht. Komm schon. Ich will das noch schaffen, Leute. Und dann beende ich diesen Part. Weil ich will wissen, ob da der Froschteil ist. Bestimmt. Also der Froschkopfteil. Oder. Äh. Schildkröten. Frosch. Äh. Ihr wisst was. Halt was. Das brauchen wir nochmal. Den Froschkopf. Genau. So. So. Einmal da. Ganz langsam. Wir machen das jetzt ganz langsam. Ganz langsam. Lassen wir uns einmal schlagen. So. Genau. Haben wir geschafft. Easy peasy. So. So ein Herz für uns. Und jetzt wissen wir darüber. Ach Mann. Komm. Komm schon. So. Okay. So. Zack. Zillizack. Kommt her. Schlagt mich einmal. Okay. Jetzt geh. Ich. So. Ich muss sagen. Das ist eine. Rüstung. Hört ihr mit. Bevor ich sterbe. Und eine neue Waffe. Du hast ein neues Schwert gefunden. Damit kannst du deine Gegner mehr Schaden zu wägen. Und die magischen Attacken werden auch verbessert. Jetzt hört's auf damit. Kommt mit. Ah. Okay. Gut so. Ähm. Mann. So. Jetzt lege ich eine Bombe hin. Los Insekten. Insekten fight. So. Okay. Jetzt müssen wir. Ah. Hilfe. So. Okay. Äh. Jetzt müssen wir wieder zurück. Oder was? Oh. Wir werden Insekten sehen da hinter mir. Ein paar können zu mir. Ein paar können nicht zu mir. Okay. Oh. Das ist immer eine. Oder? Los Insekten. Greif an. Ah. Ah. Müssen wir jetzt zurück. Da gab's jetzt nichts mehr. Ne. Da gab's jetzt gar nichts mehr. So. Okay. Ich stehe wieder zurück. Jetzt müssen wir wieder zurück, man. Okay, Leute. Das war's. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis daher. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.